Hallo meine YouTube-Abonnenten! Eine neue Folge Minecraft Beta. Ich hab mich hier mal eingegraben, nur um mich zu schützen über die Nacht. Oh, Zombiefleisch. So, wo ist denn das Haus? Ja, genau. Wie ihr bestimmt gesehen habt, hab ich hier Offscreen weitergebaut. Am Haus. Hier ein paar Kakteen hingebaut. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier unten und oben am Bildschirm Ränder sind. Das liegt daran, dass ich jetzt mit OBS komisch aufnehmen muss, weil sonst funktioniert das nicht. Okay, hä? Was ist denn das? Guild of Singleplayer. Hallo? Oh, das ist... Oh, äh, hallo? Hä? Was machen Sie denn hier? Ich war gerade in meiner Welt spazieren und kam aus dieser Richtung und hab mir gerade diesen wunderbaren Setzling angeschaut. Ja, aber das ist einfach meine Welt mit meinem Setzling. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Also, ich geh dann mal wieder. Ja, ja, wenn dann, dann können Sie mir hier schon ein bisschen helfen mit der Arbeit. Wir müssen nämlich ein paar Cobblestones abbauen. Oh, okay. Ich bräuchte erst das zu essen. Ach genau, Schafe töten, weil wir haben noch kein Pet. Ach ja, genau. Also, liebe Leute, das ist Wehrwolf. Der lustige Typ aus GTA und anderen Let's Plays mit mir. So, okay. Was machen wir denn heute? Äh, weiß ich nicht genau. Essen kochen wahrscheinlich erst mal. Ja, aber wir haben es noch nie Essen gehabt in diesem Let's Play. Ey, das ist mir aufgefallen, als ich das Let's Play gesehen habe. Genau. Ähm, vielleicht sollten wir ja in eine Höhle gehen und da sterben oder vielleicht Eisen finden. Und dann können wir die ja ein bisschen Ausrüstung craften. Ausrüstung craften. Ja, das ist eine gute Idee. Jetzt lass mich erst mal noch ein paar Schafe finden, wenn ich welche finde. Oder die Chickens töten hier. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, Kuh, Kuh. Hm. Lecker Kuhfleisch. Die droppen hier noch drei Fleisch, ne? Bei mir zwei. Ja, das ist unterschiedlich. Unterschiedlich. So, random. Random. So. Ähm. Wo bist du denn jetzt? Äh, ein bisschen in die Wüste gelaufen. Wüste gelaufen? Auf der Suche nach essbarem... In der Wüste. Nichts. Mir knurrt der Magen, aha. Da hast du dich mal eingebuddelt, offenbar. Ach, da hinten. Aha. Ja, ich bin wieder in Richtung Haus unterwegs, weil in der Wüste wirklich nichts ist. Aber ich hab noch ein Schaf gefunden. Oh, ich krieg schon Schaden. Wir könnten ja Tintenfische essen. Ja, lecker. ich klicke jetzt mal die fleische in den ofen und jetzt auch angefangen ja pilz super genau wenn wir pilze finden sollten dann wäre das ganz schön wenn wir die sammeln würden und zu essen verarbeiten würden in diesem let's play ist essen wirklich wichtiger als diamanten ein schaf gefunden jetzt habe ich drei verschiedene schaf wolle jetzt können wir uns ein bett machen ist noch ein schaf und noch mehr eisen jetzt brauchen wir noch zwei schafe genau oder eine schiere liegt im in der chest im haus da könnten wir gleich mehr wolle hätten 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 genau ist ja noch irgendwo eisen oder so ich habe noch zwei schafe du solltest echt mal so ein resource pack machen die guten alten sounds ja schön ich habe sie vermisst alter in meinem zimmer hat es gerade 5000 grad celsius weil der pc läuft mit seinen fünf milliarden watt und tür und fenster sind zu und genau heute hat es bei uns 35 grad celsius und das Prozent ist irgendwie eine schlechte kombination ich hatte heute bei battlefield 80 grad an der grafikkarte sehr nice und im zimmer und im zimmer habe ich ungefähr 40 oder 50 das glaube ich dir ich habe ein bisschen essen willst du ein steig ich will ein steig steig bist du bist du denn weiter weg gelaufen ich komme gleich zurück ja sorry man das dauert etwas länger flüchtig weil ich nicht mehr springen kann da backt noch ein scharf ganz fröhlich im baum ich dachte schon das backt im backofen haa ha 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 ich habe mich verlaufen ich würde zu Hause auch ja jetzt haben wir ein bisschen essen also 2 Ich komme mit Fullspeed. Ach, ich könnte auch meinen Stream noch starten. Das wäre auch keine schlechte Idee. Genau, du wolltest das doch streamen. Streamen, ja genau. Aber wenn irgendwelche Kommentare kommen, dann muss ich die ja beantworten. Ich bin so geschickt in deiner Aufnahme. Ach, hier bist du. Warte kurz. Stehen bleiben. Stehen bleiben. So, hier. Boah, keine Essgeräusche. Ne, die gab es damals noch nicht. Ja, genau. Wir sind hier auf der Minecraft Beta 181 Version. Auf der Server-Version, die war extrem schwer zu finden im Internet, da das ja eigentlich nicht so erlaubt ist, die Minecraft-Dateien zu... Oh, wow, ach, chicken. Es ist eigentlich nicht erlaubt, die Java-Dateien so zu veröffentlichen im Internet. Aber ich habe es gefunden. Yeah. Ich komme jetzt gerade irgendwie nicht ganz mit. Erstens brauche ich noch eine Wolle und zweitens, warum hast du das jetzt so schön erklärt? Ja, damit ich irgendwas zu erzählen habe. Und vielleicht will ja... Achso. Ich dachte, du sagst das jetzt, weil ich meinen Stream gestartet habe und... Ne, ne, ne. Ich habe mich gerade gewundert, warum fängt der jetzt schon an? Ich habe den Stream noch gar nicht gestartet. Ne, das ist... Vielleicht wollen ja einige meiner drei Zuseher auch mal auf der Beta 181 mit ihren Freunden spielen. Könnte ja sein. Du hast jetzt diesen illegalen Link ein. Ne, das mache ich nicht. Die sollen das schön selbst suchen. Achso. Du hast nur gesagt, es gibt die Version. Es gibt die Version. Eben, genau. Also ich habe schon vier Chicken noch gebraten. Yeah. Und ich starte jetzt Streaming und dann kannst du das Ganze nochmal erklären. Ne, dann erkläre ich gar nichts mehr. Deine Zuschauer sind mir ja egal. Das schon. Yeah. So, äh. Und damals war das auch noch so, wenn du hier zwei Druckplatten hingesetzt hast für so eine Doppeltür, dann hat das irgendwie rumgebackt. Da ging das noch nicht so. Ja, zwei Betten. Juhu. Endlich. Warte mal kurz. Okay, aber bevor wir uns in die Betten pflanzen, mache ich meinen Stream an, okay? Okay. Warte mal, ich muss meine Brille noch weg. Toni brauche ich nämlich gerade nicht. So, okay. Eins, zwei, drei. Und. Yeah. Und. Boah, das ist richtig gutes Stream-Build, was ich gerade habe. Einfach nur schwarz. Moment. Da könntest du das umstellen. Das ist rassistisch. Wenn ich dich darauf hinweisen darf. Ja, schon haben wir ein Stream-Build. Yeah. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Naja, okay. Also. Herzlich willkommen im Stream. Mit dabei ist der Lukas, beziehungsweise eher andersrum. Ich bin beim Lukas dabei. In seiner Minecraft Beta 1, 8, 8, 1. Let's play. Wir haben sogar den Server gefunden. Yeah. Und. Jetzt sind wir ganz, ganz happy am Spiel. Juhu! Juhuuu! Ich hab gemerkt, du lagst ein bisschen. Die firewall hat ihr Netzwerk erkannt. Das heißt, ich hatte gerade ein Netzwerk... äh ... Cool. Ja, aber du bist ja noch hier. Jetzt fängt das wieder an. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Online-Zähler sagt aber erst eins, okay. Das ist okay, das ist noch im Rahmen. Jetzt, Netzwerktechnik im Minecraft-Beta-Let's-Play. Hier werdet ihr zum Fachinformatiker ausgebildet. Genau. Wie löst ihr eure... Ach ja, warte kurz, ich muss... Die Endermans haben noch die Zombies-Sounds. LOL. So, warte kurz, warte kurz. Das heiss ich gar nicht mehr. Ach, Tür. Hallo. Au! Zombie, scheisse, fuck, lol. Oh, Zombie, oh, 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 oh. Scheisse, fuck. Ich kann... Da liegt jetzt ein Fleisch auf dem Boden, das kann ich nicht aufnehmen. Das hängt halb in der Wand drüber, alles noch. Och, komm, was ist denn jetzt los? Was wollen denn die drin? Ja, ja, das war damals noch so, um ein bisschen Action einzufügen. Was aber irgendwie mega scheiße ist. Ich glaube, man darf die Betten nicht so nah an der Wand bauen, aber ist jetzt egal. Vielleicht schaffen wir es noch durch die Nacht. Ach, komm schon, Junge. Und ein Skelett. Ja, locker, easy. Warte mal kurz. Wir bauen jetzt die Betten mitten in den... In den Zimmer rein, ja. In den Zimmer rein? Genau, hier. Okay. Perfekt. Oh, 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 oh. Ach, komm, jetzt aber, was ist denn jetzt hier los? Ich führe mich im Zombie. Das dauert mir bei mir etwas länger. Ja, ist ja egal. Solange du Spaß daran hast, so. Ja, voll. Ich glaube, das wird nichts. So, jetzt endlich. Awesome. Yeah. So. Äh, magst du mir... Nee. Ja, es passt schon. Ich möchte mein Essen wieder haben. Oh, du möchtest mein Essen wieder haben. Vielleicht essen? Wir haben jetzt eh nicht so viel. Warte, hier. Bei mir liegt da gar nichts mehr. Wie viele Chicken hast du noch? Sechs. Mhm. Dann gib mir mal ein bisschen was, bitte. Danke schön. Wir sollten irgendwie auf so einen Mining Adventure gehen. Aber du kannst... Ich mach dir mal kurz... Eine Pick-Axt. Ich möchte schnell Tools machen. Ja, du... Ich geb dir Eisen. Oder hast du schon Eisen? Yeah. Wir haben aber bloß 15. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Die Sticks habe ich dir dazu geworfen. Zwei. Also... Für ein Tool. Für ein Tool. Ja, Holz haben wir irgendwie auch nicht mehr so viel. Da ist noch ein bisschen was. Lost your side. Also ich mach mir erst mal eine Eisen-Pick. Und dann macht er eine Eisen-Hoe. Und dann noch eine. Und dann ist das Eisen weg. Genau. Eine Eisen-Hoe, genau. Perfekt. Ich mach mir ein Steinschwert. Um richtig zu sparen. Und noch ein Steinschwert. Um zwei Steinschwerter zu haben. Dann bin ich dir gegenüber im Vorteil. Weil du hast nur ein Eisenschwert. Ich hab ein kaputtes Steinschwert. Ach so, okay. Ich mach hier noch ein bisschen Holz. Und dann mach ich mir auch noch gleich ein Steinschwert. Aufsteigen. Kann ich dir eins mitmachen gerade? Ne, passt schon. Okay. Gut, dass man gleichzeitig drauf zugreifen kann, gell? Ja, ja. Das wäre recht ätzend. Mhm. So, ich muss jetzt dann mal ganz kurz... Ich bin auch so schlau, ey. Warum mach ich gleich zwei von diesen Schaufeln? Boah, weil tut mir der Arm weh von den winzigen Bewegungen mit der Maus machen. Kann ich verstehen, ja. So, aber nachdem du deine Tools gecraftet hast, würde ich sagen... Wir verabschieden uns von euch und begrüßen euch herzlichst dann danach später irgendwann in so 5000 Wochen für der nächsten Folge Minecraft Islands. Hast du noch was zu sagen? Really? Jetzt schon? Jetzt schon. Ja, natürlich jetzt schon. Ich will noch nicht. Ich will noch nicht. Ja, die Zuschauer wollen auch doch nicht gehen, aber sie müssen jetzt einfach. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!